Ich bin der Justin Rehberger, ich bin zwölf Jahre alt, ich spiele Innenverteidiger. Mein Ziel ist mal Fußballprofi zu werden. Ja, bei welchem Verein hast du gespielt? Ich war beim SV Waldorf Mannheim. Und was wollt ihr erreichen diese Saison? Also diese Saison wollen wir erstmal ein gutes Spiel abliefern und wenn es geht, wollen wir auch Meister werden.